Dann wollen wir mal die reiselüftigen Versuche, ne? So, hm? Bist du der Silvia-Vogel? Ja, so. Bist du der Silvia-Vogel? Hm? Ja, du bist ein Dillie, oder? Ja, hm? Ja, hm? Der Silvia-Vogel für Dillie, die bist du, ne? So, die weiße Möbel Nummer 1, ne? Alles gut mit dir? So, hm? Alles gut, ja? Hm? Die weiße Möbel, ne? Hm? So. Und dann geht's weiter mit Weißgeld Nummer 2 für die Pristine und das Rot-Gaum. Weißgeld. Dann wollen wir mal gucken, wo wir hier Weißgeld haben, ne? Ja, da ist einmal Weißgeld. Schau mal her. Wie, wie? Alles gut? Das ist der Weißgeld Nummer 2 für die Pristine auf Rot-Gaum. So, bist du das? Ja? Ja, alles gut mit dir? Ja, alles gut mit dir? Hm? Ja, gut. Und dann kommt der Weißgirbel für die Carola in Berlin, ne? So, komm mal her. Geh mal da oben hin. Ich komme jetzt. Du musst jetzt nach Berlin, ne? So, alles gut mit dir? Ja. Du bist der Weißgirbel für die Carola in Berlin, ne? Alles gut? Ja, ja. Du bist die bisschen dunkler, ne? Alles okay, ne? Die Carola. Du, ja, wirst du verreisen morgen? Hm, ja. So. Du. Alles gut? So, jetzt wollen wir mal den Goldi-Hahn suchen, ne? Für die Schlauen hier aus Berlin. Hm. Wo ist der Goldi-Hahn? Hm. So, hm. Wo ist der? Wo ist der? Wo hat der sich versteckt? Siehst du das? Wo ist der Goldi-Hahn? Wo ist der Goldi-Hahn? Wie? Ist der da nicht unterwegs? Wie? So. So, nicht hier, ne? So, nicht hier, ne? So. 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 Du bist aber nicht hier. Du bist die neue Goldi, ne? Wo ist die neue Goldi, ne? Ja, du bist die neue Goldi, ne? Ja, du bist die neue Goldi. Ach, wo ist die Goldi? Wo ist die Goldi? Wo ist... Ach, da ist Goldi. Komm her, Goldi. Oh, oh. Komm her. Oh, oh. So. Da ist Goldi, ne? Ich habe hier eine Goldi, ne? Alles gut, Goldi. Hm? Du? Du bist aber auf die Reise, ne? Ja. Das ist die Goldi, ne? So. So. Aber jetzt ist es so hübsch, ne? Ich bin ja nicht höher, ne? Ha? So. Jetzt kommt noch... Der Günther aufs Leppenberg, ne? Der Günther aufs Leppenberg, ne? Der Günther aufs Leppenberg, ne? So. Wo bist du jetzt? Komm her, Chef. Ha? Da, Chef, ne? Alles gut mit dir, Chef? So. Bist du nachs Leppenberg, ne? Komm her. Ha? Da ist er, ne? Du, alles ist gut, ne? Du bist ein Lieber, ne? Bist du ein Lieber? Ja, ne? So. Bist du ein Lieber? Ha? Aha. Alles gut, ne? Hm? So. Komm her. Komm her. Hallo. Komm her, Chef. Komm her. Hm? So, komm her, Chef. So. Alles gut, Chef. So. Alles gut, Chef. So. Hm? So. Muss man sich ein bisschen querern. So. Muss man sich ein bisschen querern. So. Ha? Ohne. Ohne bisschen, ne? Ahne bisschen, ne? So. Komm her. da bist du, ne, so, das ist los, ne, so, hallo, hallo, na gut, so, hallo, 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 hallo